Alle denken, sie seien frei. Oder sie sagen, es gebe keine Freiheit. Alle akzeptieren die Regeln. Alle spielen dasselbe Spiel. Liv, oder? Finn. Kennst du das Theaterstück, ähm, Krankheit der Jugend? Da sagt eine der Figuren, entweder man verbürgerlichst oder begeht Selbstmord. Einen anderen Ausweg gibt es nicht. Das einzige Ziel, das ich habe, ist Freiheit. Ich werde mich nicht dieser Gesellschaft anpassen. Und ich werde mich auch nicht umbringen. Ich such den Ausweg. Dann nehme ich mit. Warum verachte ich meine Eltern und liebe sie trotzdem? Warum gibt es Regeln? Warum gibt es Geld? Warum kann man es einfach abhauen? Juhu! Juhu! Wenn das Freiheit ist, fühlt es sich dann so falsch an. Merkst du, wie du redest? Wie die ganzen anderen. Ich dachte, du bist nicht so. So bin ich auch nicht. Das ist der dritte Weg, Liv. Und den will ich mit dir gehen. Das ist der dritte Weg, Liv. Untertitelung des ZDF, 2020